Moin moin meine lieben Wimmelbildfreunde und die es vielleicht noch werden wollen, willkommen zurück zum zweiten Teil von Botanica, das Tod zur Erde. Ja in der letzten Folge sind wir ja in den Vulkan angekommen und mussten mit ansehen wie der böse Gustav unseren Vater entführt hat, bzw. verschleppt hat und natürlich wieder alles kaputt machen muss. Wie soll es denn anders sein? Ist ja typisch Gustav. Und wir brauchen hier anscheinend nochmal eine Lichtquelle. So wir sind da und wir müssten auch da hin. Also hier können wir auch was machen, also bleiben wir erstmal hier und schauen erstmal um. Ja genau hier war dieses seltsame Paare Minispiel. Und das versuchen wir jetzt einfach mal zu lösen. Das müssen wir so oder so lösen, von daher. Es ist teils teils interessant, teils auch ein bisschen schwierig. Weil alle Teile sind nicht sofort zu erkennen oder zu finden. Vielleicht müssen wir jetzt mal ein paar Sachen wegnehmen, damit man es auch erkennt. Okay. Okay, wartet mal so und so. Dann kann ich hier unten was nehmen. Ah, das und das. Das und dies. Ist da was, das so ähnlich ausschaut? Ah, das auch. Okay, eins fehlt noch. Was kann ich hier nehmen? Ja, jetzt die Zahnräder. Okay. Haben wir das auch schon gelöst. Okay, was kann ich hier machen? Hier ist eine kaputte Kamera. Ziemlich altmodisch. Gehört das vielleicht Joe? Das ist aber kein Film drin. Und da ist, iiii, das Vintia Lottorblatt ist voller Moos. Iiii, ihr bist du ein Mann oder eine Memme? Gröll. Er hat eine öllige Flüssigkeit. Okay, ich kann aber davon nichts auch sammeln oder so. Was ist hier? Kann ich nichts machen. Kann auch hier mit einem Hammerlicht draufhauen. Okay, dann würde ich mal sagen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht lesen hier, oder? Diese Fledermausgattung. Jeder kennt Fledermäuse. Die sind eklig. Absolut ekelhafte Viecher. Schön, wenn ich das so sage, aber ich habe halt ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht mit Fledermäusen. Von daher nicht böse sein. Okay, was soll man denn? Ist das wieder so ein mathematisches Minispiel? Werde zwei Knotenpunkte, um sie mit einem Kabel zu verbinden. Die Punkte auf den Verbindungsstücken geben an, wie viele Kabeln sie jeweils verbunden werden können. Die einzelnen Knotenpunkte müssen nicht zwingend miteinander verbunden sein. Das kennen wir doch. Das haben wir doch beim anderen U-Boot, äh, bei den U-Boot immer gemacht. So, ihr Freunde, mal ein ganz kurzer Schnitt. Ihr wisst Bescheid. So, da wäre ich wieder, meine Freunde. Ich habe ein bisschen, äh, vorgemacht für euch, dass es nicht so lange dauert. Und fertig ist der Lachs. 3, 9, 4, okay. Sag ich doch, irgendwas muss doch repariert werden. Äh, da geht nichts mehr, okay. Hm. Okay, ich kann hier aber auch nichts machen. Zwei von drei. Mal mal die Schlüssel hier. Hier fehlt, ich habe nicht genug Halt an der Tür. Okay. Sonst ist hier nichts. Aber wozu brauchen wir die Schlüssel? Vielleicht wird das Vorhängeschloss? Gustav hat meinen Vater. Wir müssen diesen Schussbruch runterkommen und in den Portalraum. Ian, könntest du dir das Kontrollpanel anziehen? Ich versuche, diesen Schuss zu verabschieden. Es würde wirklich helfen, wenn ich etwas hätte, um es zu schlafen. Okay, irgendwas zum Befestigen. Vielleicht das. Das. Das vielleicht. Ja, ja, ist schon gut, Ellie. Ist schon gut. Aber jetzt benutzen wir schon mal, ob wir die Schlüssel benutzen können. Okay. Was sagt die Karte? Karte sagt, wir müssen hier hin. Vielleicht müssen wir hier hin. Ah, vielleicht sind die Schlüssel hier für. Ja. Hat er geplant, das U-Bild zu benutzen. Zum Krieg nicht beladen. Okay. Was haben wir hier? Film für eine Sofort-Polk-Kamera. Okay. Ja, Glühbirne haben wir sowieso noch nicht gefunden. Von daher. Ah, drei von drei. Ja, damit kann ich wahrscheinlich auch noch nichts anfangen hier so. Nö, war klar. Okay, ich glaube, ein 9, 8, 0, 3, 9, 4 und 5, 1, 4. WM ist außer Kontrolle geraten. Ich muss das verzweifelte Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen. Aber reicht das aus? Okay, was ist das? Patronen. Wahrscheinlich für die Pistole oder so. Okay, jetzt haben wir hier eine Pistole. Und damit können wir wahrscheinlich den Raum hier frei ballern. Und dann schauen wir mal hier rein. So kann ich nicht... Warte mal, machen wir es mal so. Da kann man die Glühbirne mitnehmen. Und da kann man wahrscheinlich den anderen Rotor hinmachen. Aber wahrscheinlich mehr kann man auch... Ah, hier fehlen diese drei Pflanzenportal-Embleme. Ansonsten kann ich hier nichts mehr großartig machen. Wo braucht mir noch meine Glühbirne? Hier drin vielleicht? Wo braucht mir eine Glühbirne? Kann ich das freischießen? Ich glaube nicht. Nö. Dann macht er schon so... Nee, das war nicht hier. Wo war das mit der Glühbirne? Ach, ich bin doch eine Hohlbirne. Hör damit. Nehmen wir das mit. Okay, was haben wir hier? Bimsstein, okay. Und einen... Warte mal, kann ich mit dem Bimsstein das hier machen? Ja! Gut. Das heißt, ich kann hier hochklettern. Und der Deckenventilator, der pustet den ganzen Dampf hier raus. Okay, Messer und jetzt? Wir waren nicht nur frustriert, er war besessen. Was hätte er dafür getan, durch das Tor zu treten? Also hier kann ich anscheinend nichts mehr mit aufheben. Ja, da waren wir schon dran. Abschrauben. Ich habe nichts zum Abschrauben. Okay. Was ist hier? Okay, da fehlt noch irgendetwas. Aber Freunde, ich denke mal, das war es das erste Mal für diese schöne Folge. Ich gehe jetzt bloß noch da rein hier. Und sage mal, hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, macht es einfach bemerkbar. Und bis zum nächsten Mal bei Holy's Click Abenteuer bei Let's Play Botanica 2. Das Tor zur Erde. Tschüss, tschüss.